Noch einer? Nö, gut. Ähm, nachladen. Okay. Ich will mal kurz was ausprobieren. Quick Save. Oder ne, hier ein Quick Save machen am besten. Dann so, und jetzt stelle ich mich einfach mal davor. Au, 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 verdammt. Tut weh. Gut, laden wir. So, den. Reparieren. Die Oberfläche! Die Oberfläche! Wir sind ganz nah. Folgen wir mal dem Strahl. Aber der müsste uns ja wieder hier hinführen. Genau. Das heißt, der einzige Ort, wo wir noch nicht waren, ist hier. Alter, haben die hier, Tatsache, die haben durch die Wand geschossen. Ah, aber es sieht aus, als wären sie am Ende dann selber hochgegangen. Kaffeemaschine! Ich könnte jetzt einen Kaffee brauchen. Also mal, Randale! Ha! Randale! Danach zünden wir den Mond an! Ach, du Scheibenkleister. Was ist das denn? Uh! Maus 2 Charge Powered Up Shot. Uh! Das gefällt mir! Und hier hat anscheinend jemand seine Schuhe vergessen. Wah-hahaáhaha! Muahaha! Five percent! So, die Frage ist jetzt, wo müssen wir lang? Hier nicht. Da drüben auch nicht. Ja, keine Ahnung. Ähm, da drüben ist auch zu. Ah, hier. Ähm. Ähm. Geht's denn hier lang? Ey, steck fest. So. So, ich weiß nicht, ob wir jetzt den Stecker einstecken sollten oder nicht. Ich mach mal lieber Quick Save. Packen mal rin. Und dann, das sieht mir mehr aus wie eine Kanone. Ah, alles grün und... Hm. War das so eine gute Idee mit dem Stecker? Probieren wir mal. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Ähm, dann laden wir mal eben. Nehmen... Genau, der Stecker ist draußen. Dann kommt nämlich das Paneel nicht runter. Ja. Ja, los. Reife Leistung. Was läuft da denn rum? Ach so. Ich dachte schon, irgendwelche geschrumpften Monster... So, verbrennen wir uns da nicht. Nö. Gut. Hm. Ladebildschirm. Na... Na gut. Hoffen wir mal, dass das Spiel dann nicht abstürzt. Wahrscheinlich wird es nach einer Stunde... Oh, Alter. Hat mich die eigene Hand gerade erschreckt. Äh, wir würden es aber wahrscheinlich nach einer Stunde sowieso wieder abstürzen. Deswegen... Ich wollte sowieso nicht so eine lange Aufnahme machen, da ich Pokémon weitermachen will. Solange kein Pokémon mehr. Ihr lebt! Ein fellow Scientist. Oh, danke Gott. Get us out of here, before those military drones figure out where we're hiding. We all have retinal scanner access. If you escort us to the lobby, we can finally get out of this damn lab. Yes, but you'll have to shut down the surgical unit first. That fool Peters switched it on. But I'm afraid he never made it back. Darf ich jetzt reden? Gut. Ähm... Ja, nehmen wir erstmal hier ein bisschen was mit. Eingehörn! Wenn... We... No... ... ... ... Hörn! Okay. Wie ein Peter. Äh, schick deine Hände und überwählst mit deliberen Bewegungen. Peters, er... Ich konnte nicht. Er konnte nicht. Ja, du, ist... Ja, ja. Du hast bereits genug Hörer gesehen für ein Leben. Das wird alles schnell genug sein. Uah! Die Tür geht nicht auf! Was soll denn der Scheiß?! Leute, die Tür geht nicht auf! Na, super! So, kann ich die irgendwie abschalten? Wahrscheinlich war da irgendwo Launch-Paniel und ich hab's wieder übersehen. Egal, ja. Egal. Da ist es. Uah! Uah! Ein Glück! Ja! Fantastisch! This way! Hier hast du deinen Petersen zurück! Naja. Erstmal umschauen, Leute! Höh! Äh! Höh! Das ist doch dieses ekelhafte weiß ich nicht wie. An irgendwen erinnern sie mich, aber ich hab's vergessen. Äh! Kannst du hier was hören? Nein! So, nun rennt man nicht alle vor. Hier gibt's Soldaten. Wer bist du? Hm, kein Plan. Hier, Soldaten. Wollte ich grade sagen. Oh, Shotgun. Höh! Achso. Na gut, schade. Können wir nicht mitnehmen, aber Muni ist eh voll. Äh, schoddy. Kann... Kann... Na gut, die kann ich nicht zum Stehen bringen. Macht ihr mal, ich schau mich um. Ein Vortigon und ein Toter. Ah, hier sind die. Die sind aber tot, oder? Ja. So, die paar Leben nehmen wir uns natürlich mit. Die können uns natürlich im Notfall das Leben retten. Und Mensch. Der erste... Äh, die erste weibliche... Hä? Erste weibliche Wissenschaftler, der irgendwie noch am Leben ist. So. Oh ja. Ein Auge! Ja, ja. Seht da, Kinder. Das passiert, wenn man zu lange am PC sitzt. Euch fallen die Beine ab und ihr verwandelt euch in ein Zombie. Dann kommt der Freeman und schießt euch in den Kopf. Ah, wir können rein. Rein, 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 rein. Experiment Gasfet. Hm, da wo rein kommt? Ich weiß, was da rein kommt. Ein Bein! Naja. Hier, können wir mal einen neuen Anstrich verpassen. Wieso? 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 Ist mir Banane. Wie? Aber ist doch weiß... Ist doch weiß hier! Kann ich doch durch! Mano. Könnt euch auch allen Spaß verderben. So, das nehmen wir mit. Warum ist hier eine Flair? Hm, keine Ahnung. Ich will mein Auge mitnehmen! Nein, mein Auge! Verdammt! Egal. Leute! Benutzen! Ich will hier rein! War ja klar. Na los! Was denn? Was? Was ist das? Anyone else think this was a bit too easy? Something's not right. Gordon, you don't mind taking a look, do you? Natürlich! Ich natürlich! Erstmal ein paar Urin-Spritzen nehmen. Ah ja. Uni ist voll. Oh oh. Ich hab's gewusst! Sei still! Ich hab meine eigenen Probleme! Und du auch noch! Pum! Alter Schwede! Wo kam die her? Also oben, unten, irgendwo, überall. Nachladen. Alles nachladen. Okay, wir sind vorbereitet. Okay, wir sind vorbereitet. Wir haben nichts. Wir haben nichts. Ha! Ihr seid kein Glück. Ja! Ja! Verdammt. Na gut, probieren wir das Ganze nochmal. Alter, die sind echt kaffend, muss ich schon sagen. Da kommen mehr. Boah! Alter, was ist das? Voll auf beiden Seiten trotzdem immer noch. Ey, die sind echt hart. Sorry, wenn ich jetzt mit dem still bin, aber ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Halt Maul! Ich hab grad Probleme hier. Und ich kann euren Jammer nicht gebrauchen. Oh, Junge. Jetzt ist aber auch langsam nicht mehr hoch, wenn die Musik geil ist. Ich hab leider auch keine Granaten, sonst hätte ich die schon längst geworfen. Ja, Mann, Musik macht alles bisschen spannender. Ja, Mann, Musik macht das alles voll Action. Mann, Musik, mein Arm, es tut doch weh. Die Action, es ist kaum auszuhalten. Ich sterbe gleich mit dieser Action, reicht. Denn Munition muss nachladen und wechseln. Jetzt mal zoomen, denn ich muss den abschießen. Das wäre eins und zwei. Doch leider nicht getroffen. Da ist der auch down. Oh, okay. Wie kommt das zu Hause? Ach, wir wollen die Rund 2. Wie geht das? Wie.